So lagern Sie Ihre Reifen richtig. Markieren Sie Ihre Reifen mit Kreide für die spätere Montage entsprechend Ihrer Position. Außerdem sollten Sie die Reifen kühl und trocken in einem geschlossenen Raum aufbewahren. Vor dem Lagern aufpumpen, am besten ein halbes Bar über Betriebsdruck. Ganz wichtig, die Reifen nicht stellen, sondern stapeln, zum Beispiel auf Holz oder Karton. Und die Reifen dunkel lagern. Vermeiden Sie einen Platz neben dem Fenster.